Ja, wie war es noch mit dem hier, massenhaft Scheiße labern, um mich gar nichts zu sagen? Tja, also ich mach das natürlich nur zu Demonstrationszecken, das ist alles bewusst Was ist so geplant? So Nerv Wo kann der sein? Wie kann man den am besten finden? Was ist so geplant? 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 hmmm hmmm, ja Da ist auch was. Ich meine der Dschungeltempe ist riesen groß und wir suchen uns hier da dumm und wem nicht, aber was soll's. Warum nicht mal wieder eine Folge, in der wir einfach nur ewig lange uns durch den Dungeon kämpfen. Äh, da waren wir. Ja doch, doch, alles gut. Ja. Hatten wir halt auch lange nicht mehr gehabt. Ja, die sind alle One-Hits, die Fischer. Ja. Und wenn's allzu lange dauert. Äh, kannst du's mal erst denken, so machen. Äh, unterbreche ich die Aufnahme. Äh, holen einen Karten-Viewer aus. Und ich mach's darüber. Oh, da ist was schickes. Gibt's das? Im Statue. Na gut. Das war wirklich schick. Aber egal. Also mach ich's mit dem Kartenbetrachtungsprogramm. Loopabkürzung praktisch. Aber erstmal wollen wir suchen. Noch haben wir ja nicht das Material für eine ganze Folge zusammen. Dschungel, klar, such ab, Keks, Mo. Oh, ja. Äh, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, genau. Nein. Äh. Noch haben wir keine ganze Folge in dieser Welt verbracht mit Absuchen des Dschungels. So wollte ich nicht sagen. Okay. Wie ist es gut? Wie ist es schön? Es ist so viel Krach irgendwie... Kann ich noch was anderes verwenden? Wer ist David? Es geht doch auf, statt dem Schwert. Tja, keine Sheldys, die nerven, keine taulen Brunseln, die nerven. So ist es doch schön, so wissen wir, wenn man was Bestimmtes sucht. Oh, ernst zu gehen ist nicht schön, da waren wir noch nicht, ne, wie will ich das am besten machen, so zum Beispiel. Hier können wir gleich ein bisschen Schlick mitnehmen, oder Gryll, Schlick ist Gryll, whatever. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und den Tempelkrieg brauchen wir noch Die Staffeln, die man hier auch nicht gebunden kann, aber was soll's? Das hole ich! Keine Anzeichen von dem Dschungel-Tagel-Roller-Seite. Das dauert ganz schön lange, bis da mal wieder was voll ist, oder so. Was soll ich denn hier? Ich will jetzt gerne mal weiter nach oben kommen. So. So jetzt aber... So. 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 Nicht, dass wir irgendwie in die Lava zigtausend mal gefallen sind oder sowas. Was haben wir denn überhaupt? Ah, 4 Gold. Was hat die Welt? So. So, 1 Potion. Kann irgendwas... Nichts berauschtes zum Waffen oder irgendwas zum Waffen. Ja, super. Naja, whatever. So. Muss grad sagen, guck mal was da ist, aber es ist nicht der Dome Tempel. Hopp. Davon haben wir auch mittlerweile, glaub ich, mehr als genug. Und zwar weit mehr. Also von dem Gewebe, wollt ich sagen. Hier, Netzen. Ist da irgendwas interessantes? Das ist eine Windestatue. Hm. Egal. Woman Statue. Na dann. Eine Frauenstatue. Das ist ein Bild. Land. Hm. Okay. Land. Whatever. Da war. Wann schon ein Vieh abgesucht beim Dschungel. Aber irgendwie... Ne? Genau das noch nicht. was wir suchen. Ah, endlich! Ne, oder? Ja, äh, es ist, das hätten wir es jetzt abbauen können. Ich hatte so geil befürchtet, dass wir nur so eine Bienenfarbe. So, jetzt müssen wir noch den Eingang finden. Ja, auch wenn es gedauert hat, um mal so wichtig und manuell zu suchen, statt irgendwie Map Viewer zu benutzen. Das ist ja auch mal wieder was. Wie wir es halt eigentlich immer machen, die Map Viewer benutzen wir ja eigentlich auch nur für... Na, was heißt eigentlich? Wir benutzen die nur für die Temp-Welten zum Abbauen der... ...Nerviecher! Naja, natürlich auch. Äh, zum Abbauen! Das Mann ist ja groß! Zum Abbauen der... Dingenskirchen! Jaaa! Das Wasser kann auch nicht runterlaufen, ist uns grad egal. Ich sag ja, ich hab heute Knoten oder Zunge im Kopf und überhaupt... So, jetzt müssen wir nur den Eingang finden. Der ist entweder rechts oder links. Der muss schon eigentlich ziemlich weit oben sein. Oh, da geht's noch weiter! Moment! Oh, da geht's noch weiter! Moment! So, da geht's noch mal rum! dürste whatever nun mal hier und und nach von der seite am besten mal darüber geredet haben wollte ich sagen so weiter geht